Yo, hallo und herzlich willkommen zurück zu Intrusion 2. Ich bin wie immer Prinzess Lea. Und ja, hier sind wir das letzte Mal stehen geblieben, nachdem es tierisch angefangen hat zu lenken. Ich hab jetzt auch rausgefunden, woran das lag. Ich hab nämlich die Einstellungen einfach vom Programm, was das Ganze aufnimmt. Da hab ich einfach, äh, ja, falsche Einstellungen drin gehabt. Hätte ich vorher vielleicht noch ein bisschen mehr testen sollen. Und, ähm, ja, was ich auch noch rausgefunden hab, ist, dass, wenn ich hier einfach mal weitergegangen wär, nachdem wir das erste Mal überhaupt nicht rausgefunden haben, dass wir nach links gehen müssen, sondern erstmal so einen Schwachsinn mit der, äh, Brücke angestellt haben, hinten liegt auch noch, äh, Munition, Leben und ne neue Waffe. Und zwar die hier. Das ist eine, ja, Blitz-Waffe, wie auch immer man sie nennen will. Die hat einen coolen Vorteil, die kann durch, hier so, da bleibt ja der Mist stecken. Die Waffe, wo ist die denn, hier, ballert einfach da durch. Also, äh, ja, die ist ganz cool, wenn man mal einen Gegner treffen muss, wo unter einem steht. Weil die Gegner halt, außer sie haben selber diese Waffe in der Hand, können einen selber nicht treffen. Aber man kann sie halt treffen und, äh, am Anfang sind die Gegner halt noch so schwach, dass sie mit einem so einem Schuss K.O. gehen. Ich weiß nicht, ob ich da durchschießen kann. Ich will, weil ich hab jetzt hier nur noch drei Schuss von. Deswegen lass ich jetzt mal lieber. Gut. Ähm, wo? Hier, da. Kann ich aber durchschießen. Zunk. Ist halt ganz cool, wenn eine ganze Menge an Gegnern hier, äh, rumstehen. Weil, äh, ja. Die sind dann relativ schnell halt alle weg. So. Jetzt wieder die Dinger crashen, damit man da hochkommt. So. Oh. Oh. So. Oh. Falsche Waffe, aber okay. Hat auch so funktioniert. Wird eigentlich die ausrüsten. Oh, naja. Oh, ja. Fail. Ach. Äh. Hey. Ich bin nämlich mal heute wieder sehr... Geniehaft. Nee, heh, heh. Turrets, ey. Ja, nicht. Ist immer noch nicht so am Zielen. So. Gut. Dann haben wir das letzte Mal ins Kreuzfeuer geraten und einfach mal eben draufgegangen. Was fiese an dem Spiel ist, ähm, Schüsse zählen nur, äh, wenn man in Sichtweite ist. Oh, oh. Egal. Oh, 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 oh. Stirb! Stopp! Ähm, wenn ich jetzt hier nach da schieße, auf den Kerl da, und gehe aber hier aus dem Bild raus, da fliegen jetzt gerade Schüsse in die Richtung. Die zählen dann nicht. Auch wenn sie theoretisch gesehen treffen würden, zählen sie einfach nicht. Also, das ist ein bisschen, hm, ja. Ein bisschen fies, wenn man halt, okay, ja, man kann halt nicht einfach aus dem Bild rennen und sich dann irgendwo verstecken, sondern man muss immer noch in Reichweite bleiben. Ja, jetzt kommen wir ins zweite Level. Und wenn ich mich nicht irre, müsste das das Level sein, wo es auch die Wölfe gibt. Mit denen so rumzurennen, da bin ich schon, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, macht mir halt tierischen Spaß. Macht echt mega Laune, mit den Viechern rumzurennen. Oh, ach. So. Das sind mal die Viecher, die sind ein bisschen ätzend. Naja, ein bisschen ist untertrieben. Megamäßig ätzend. Ich hatte am Anfang echte Probleme mit denen, weil ich einfach nicht, weil ich es einfach nicht gebacken bekommen habe, denen auszuweichen. Ich bin dann permanent draufgegangen. Oh, bis ich herausgefunden habe, dass ich das Teilzeit ballern muss. Ich habe mit allen möglichen Hilfsmitteln versucht, da rüber zu kommen. Ich habe mir hier diese Schneebälle. Die kann man ja aufdrehen, wenn man vorsichtig ist. Ich habe mir immer, oh, okay. Vorführeffekt. Kann man immer größer werden lassen. Habe ich da welche gestarpt und habe versucht, dann rüber zu springen. Ey, oh, ich bin, also manchmal in Spielen benehme ich mich echt, als hätte ich einen Hirnschaden. Ich komme dann einfach nicht klar und, oh, nee, ist ganz schlimm. Na, nochmal so ein Viech. Normalerweise bin ich eigentlich, was logisch denken betrifft, eigentlich, also wie gesagt, eigentlich, habe ich da keine Probleme mit, aber ich weiß nicht. Manchmal in Spielen, da denke ich auch, was hat mich da eigentlich gestochen. Weil, nee, da benehme ich mich echt. Wo man sich das dann überlegt und sagt, oh, mein Gott, was war das denn? So ein Face-Bomb-Moment. Wenn man das, die ist, ja, die Hand ins Gesicht schlagen will. Also, falls ihr euch wundert, warum ich auf das Ding ballere, ja, toll, ein geklemmter Tod. Die Sachen lassen sich einfach, oh, jetzt muss man das von vorne machen. Na gut, egal. Die Teile da lassen sich einfach viel besser bewegen, wenn man auch noch mit drauf ballert. So, hier, lustiger Trick, wenn man hier oben stehen bleibt, kommt man dann, oh, Vorführeffekt. Naja, so geht's auch. Kommt man da oben hin und kriegt die Sachen. Oder man lässt sich quer über das Ding schleudern und kriegt die Sachen. Ah, wenn er einen hat, kann man klicken wie verrückt. Ich glaub, mein Ton ist auch so laut eingestellt, dass man das, äh, hört, wenn ich so rumklicke. Jikes. So, uah. So, mein Leben ist schon voll. Ja, hier, da. Ah, jetzt bin ich drauf gesprungen, egal. Uff, dumm, 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 da kann man's zeigen. Dann hab ich hier versucht, die Dinger hier so aufzurollen, dass die immer größer werden. Ey, Alter, ich und mein Vorführeffekt. Wenn ich irgendwas zeigen will, ist immer so Vorführeffekt da. Jetzt werden sie größer und dann hab ich sie immer wieder hin und her gerollt und mal versucht, so rüber zu springen, hat natürlich nicht funktioniert, weil ich bin trotzdem nicht hoch genug gekommen. Ah, gematscht. So, psch, stirb. Ich find's doof, dass man sich nicht einfach durch den Boden durchfallen lassen kann. Uh. Bei Dinger kann man eben auch die, äh, Arme abballern. Dann können sie ja nicht mehr greifen, aber ich versuch halt einfach immer den, äh, und mich einfach schießen. Aber, ähm, ja. Kopf zu treffen ist eigentlich am, oder auf den Kopf zu zielen ist eigentlich am geschicktesten. Die Arme trifft man zwangsläufig so oder so. So, stirb, 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 stirb. Ja, ich hab vergessen, mir meine Uhr zu stellen. Ähm, das heißt, ich muss jetzt auf Glück raten, dass ich lange genug spiele und einfach beim nächsten Checkpoint sagen, okay. Pause. Ja, da, Checkpoint haben wir's doch. So.